Blutschart, der konntet immer noch, ne? Ah, scheiße, da muss ich einen Machtrang verschwenden, in Anführungsstrichen verschwenden. Butters brennt, kein Problem. The Hammer of Justice. Wow. So, jetzt brennt. Er brennt nicht, na klar. Kein Problem. Ja, aber du bist eingefroren, leider. Wie so ein Eisbecher. So, let's save und ausgerobbt. Ich hätte hier die Umgebung nehmen können eigentlich. Das Feuer, genau, das Feuer sieht nämlich so aus. Ja, hätte ich. Aber da bin ich, Moment mal. Wäre ich da hingekommen? Ich komme, ich komme hier nicht durch, ne? Ne. Ne, was mit diesem Feuer? Moment mal. Ach, Mann, bin ich dämlich. Ich hätte jeden durchgekommen mit Feuer, alle kaputt. Scheiße. Ficken, ach, egal. Yes. Okay, das war nicht so schlau. Hätte ich mir ein bisschen Zeit sparen können. So, eins, zwei, drei. Vielleicht hat es ihn gerade noch erwischt. Yes, alle dabei. Alle dabei. 217, machen wir den. Wow. Und ich habe nicht mehr MP verloren dadurch. Das ist unglaublich geil. Aber das ist eigentlich egal. We can do the hammer. Ne, Moment, der hat drei Rüstungen. Scheiße. Und wir müssen mit dem da hinten nehmen. So, 167. So, die drei Rüstungen habe ich kurz weg. Ich bin aber auch gar nicht so gut. Es ging sowieso nur um die Rüstung, also da war es scheißegal. Fuck. Greift er auch noch an, ja. Der ist gegen Fernwaffen gut. Warum meine Konterhaltung nicht so gut ist, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil der 55 Rüstungen hat. Das wäre fast sinnvoll sogar. Es widerstrebt mir. Es widerstrebt mir. Tempo-Traum. Ja, tust du aber nicht. Es widerstrebt mir, mal einen Meuchelangriff für so einen Assi dahin zu verschwenden. Und der unten hat... Hm. Ja, warum eigentlich nicht? Wow. Und 28 Rüstungen weg. Und ich darf nochmal, danke. Jetzt kann ich auch den da hinten zerficken. Ich habe keine MP verloren. Wie geht das überhaupt? So, abziehen. Drücke ab, wenn du den Bild ziehst. Ja. Elfenohr. Ja. Juhu. Toll. Oder auch nicht. Mahnertrank. Machtrank, habe ich gesagt. Ich sage, der Machtrank. Wenn ich zugehört habe, der lügt. Der ist ein Lüger. So, jetzt kann ich noch normal angreifen. Au, au, au. Ich habe einen Blutschart mal eins. Aber immer noch am Verteidigen. Immer am Verteidigen. Jesus ist proud. Auf mich. Ja, ja. Komm, wir müssen ja erstmal schauen, was es hier so gibt. Das ist ja klar. Ja, wie als Hardcore-Gamer. Kartmärzt hat man am Anfang gesagt. Ja, ja. Kartmärzt hat man ja gesagt am Anfang. Den ganzen Garten durchgeschaut, bevor er überhaupt irgendwas ist. Hardcore-Gamer. Bereite dich auf deinen Tod vor, ja? Nein. Du bist nämlich selber tot. Ha. Ha. Elfischer Kurzburg. Was für ein Scheiß. Mannertranken. Ganz viel Kram wieder. Alles verkaufen. Habe ich irgendeine Fähigkeit? Nein. Aufwertung auch nicht. Dann. Stimmt. Genau. Flicken habe ich gerade neun bekommen. Da kann ich mal gucken. Ignorieren bist du fünf Rüstungen. Nee. Komm. Ich habe scheiß Feuerschaden. Was wollt ihr von mir? Halt. Distanzangriffe verfügen fünf mehr Schaden hinzu. Nee. Ist es nicht wert. Warte mal, was? Yes. Es ist der Taco, der Eiscreme kackt. Habe ich doch richtig gesehen gerade. Ah, ich kann mich noch nicht looten. Scheiße. Egal. Dann. Moment. Das war zielen. Und zack. Let's heal it. Ich werde mein Bestes geben, Mr. Rick Cartman. Ja, ja. So, und ich habe natürlich wieder mal was gesehen. Das war falsch. Motherfucker. 1-0. Das werden wir sehen. Moment. Halt. So. Oh, ja. Schlechte Online-Bewertung bin ich mega dabei. Das bringt nichts. Es war nett gedacht, aber weil das Schild geblinkt hat, deswegen. Ja, Moment. Alter, dalt. Runter, zack und hoch. Wie komme ich da hin? Ja, die Magie. Willst du mich verarschen? Drachenschrei. Halt, ich bin ja blöd. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich sollte vielleicht erst mal das Ding kaputt schieben. Ich bin blöd. Jetzt kann ich es machen. Das war die falsche, ja. Ich hatte die falsche drin. Ich habe mich vergessen. Boom. Token, ganz ehrlich. Das musst du, glaube ich, selber wissen. Halt erst mal looten. Erst mal looten. Erst mal looten. Erst mal looten. Äh, Moment. So. Ich glaube, der ist nicht betäubt, weil der zu heavy dafür ist, aber der andere. Here we go again. Warum hat der Ficker den ersten Schlag? Kannst du mir das mal erklären? Ich habe den gehauen. Hätte ich für was Besseres oder was? So, let's drink. Butters kann gleich seine scheiß halbe Berührung da machen. Meucheln. Hexenjäger. Den elfischen Posten kriegen wir auch so noch gleich down. Und das ist nicht das Problem. Bombs. So, Blutschaden. Hammer. Der Stürmel, genau. Zu früh, zu früh, zu früh. Aber warum wird der daneben nicht? Was soll denn das? Ja, Drachenstreich. Ich mache gleich. Moment. Mana trank, Mana trank, Mana trank. Apfelsaft. Denken Sie daran, auch Kartenhosen und Apfelsaft immer mächtig furzen. Immun. Oh, komm, das ist doch behindert. Das ist doch behindert jetzt. So ein Scheiß. Dann meuchle ich dich eben ab. Booms. Hm. Ähm. Mich heilen macht eigentlich keinen Sinn, weil ich habe fast keinen Schaden bekommen. Ja, ja, aber Machtfang würde sie ihn machen. Ein Schluck Coke kann nur geil sein. Ah, die sind nicht nebeneinander. Was ein Scheiß. Haben wir nicht richtig? Okay. Ja, ja, pass mal auf. So, perfekter Wurf. Die Buffs entfernt. Na klar. Wow. Fuck, der hat wehgetan. Aber ich habe noch einen Taco. Und ich glaube, in diesem Ding würde ich die Taco sogar gerne verwenden. Ich muss ihn nur finden. Um seine Boni zu entfernen. Da ist der Taco wieder, beliebt. Oh, the Taco of Magic. Ich habe die Fähigkeit noch nicht, dass ein Taco alle Health Points wiedergibt. Aber kein Problem. Der hat sich hochgeheilt. Was ist das denn? So. Fick dich, du Assi. So, jetzt wirst du angepisst, du Wichser. So kriegen wir dich nämlich down. So, dreimal geblockt, wunderbar. Warte, es ist trotzdem gleich down. Auf das er essen möge. Die Snakey Cakes. Ich glaube, bisher war noch kein Kampf so schwer wie der. Finde ich echt gar nicht mehr so heftig. Heilen muss ich immer noch nicht. Angriff. Naja, 68 geht. Watt, das brennt. Das ist ja mal was ganz Neues. So, dann trink was. Und ich glaube, ich könnte ihn in der Runde sogar down kriegen, wenn ich es richtig mache. Boom. Jawoll. So geht's nämlich. Mutterfick. Entschuldigung. Oh ja. Alles klar. Boah, was für ein heftiger Scheißkampf. Was soll denn das? Barkeeper Schnurrbart. Und ganz viel Zeug. Ganz viel Zeug. Hätte ich gucken können, aber ich habe aus Versehen nicht geguckt. Ja, ist okay. Ach, so hätte ich diese Nagelbretter auch kaputt machen können. Ich bei mich schon. Guck mal. Ich nehme ganz schnell das ganze Zeug mit. Tja, wer ist jetzt schnell die Treppe hoch, als du es sagen konntest. Ich weiß. Aha. Du Loser. Oh oh. Jimmys Garageschlüssel. Jimmys Garageschlüssel. Hier kommen wir nicht rein. Findere, dass Kenny vergewaltigt wird. How dare you. Wie kannst du es nur wagen? Hier unten? Kann ich draufhauen? Will ich den nicht angreifen oder was? Hier konnte ich noch irgendwas machen. Okay. Schnell, schnell, schnell. Hier irgendwas noch? Übersehe ich gerade was? Moment mal. Kann ich den Schrank schieben? Oder den Schrank schlagen oder was auch immer? Nein. Ah, so komme ich da hin. Okay. Jetzt aber. Go down, bitch. Ich glaube, ein Kampf hätte genauso lang gedauert, aber egal. Always to your service, Princess Kenny. Kehre zu Cartman zurück, ja. Erstmal Schublandes suchen. Funkeleert-Sticker. Wollte ich immer schon mal haben. Princess Kenny, wie schlimm sind sie dich? Ich kann nicht durchlaufen. Die Tür scheint zu entzündet, also kann ich den Knochen nicht aufrufen. Du scheiß Wichser. Kann ich jetzt deinen Be- Ah, ich sehe es gerade. Begleiter befehlen, okay. Das ist einfach so verstörend. Ja, Princess Gone Wild, Double D-Body Powers. Oh yeah. Mana-Trank, das finde ich gut. Mana-Trank ist super. Dann schauen wir mal auf den Dachboden. Aber erst nächstes Mal. Okay, Wann. Ja, ein bisschen aufnehmen muss man schon. Wir haben ja jetzt hier keine Zeit, also. Ach, ich bin ja blöd. Muss auch wissen, wie er seine Kraft einsetzt. Hier kann ich kaputthauen, okay. Oh oh. Der Scheißbade. Aber, ich kann schießen. Moment. So. Uiuiui. Das sind Ratten. Gar nicht gesehen. Scheiße. Lohnt sich die... Oh wow wow, das lohnt sich die zu meucheln. Scheiße. Boom. So, dein Blutschaden ist eigentlich... Der wird dich eigentlich down bringen. Bringt... Ich will das nur mal wissen. Nur mal aus Interesse. Bringt es was bei Ratten? Das ist nicht wahr. Das... Ach, komm. Das soll mir mal bitte einer erklären. Aber gut. Dann. Fälzige Freunde. Das ist interessant. Ratten gegen Ratten einzusetzen. Aber warum nicht? Wiedersehen. Boom, boom. Jetzt kommt der dreckige kleine Bastard. Scheiße, nicht aufgepasst. Okay. Die kann ich doch auch so kaputt machen. So. Sogar. Ich habe zu spät eingerissen. Das hat es kaputt gemacht. Schön. Das war sogar nicht mehr Absicht. Das war einfach nur schlecht. Alter, wie schlecht. Das war eigentlich eher Zufall jetzt. Aber wenn es funktioniert, warum nicht? Da komme ich nicht hin. Aber da komme ich hin. Yes. Oh. Da will ich noch nicht hin. Moment. Erstmal alles mitnehmen. Pfeil und Bogen. Roy Drotte. Warum auch immer ich es so komisch betone. Aber egal. Waldelfen-Handschuhe. Die können interessant sein. Die probiere ich mal. Hier ist nichts Neues. Hier. Hier. Halt jede Runde 20 TP, solange bist du einen Bogen benutzt. Ich habe keinen Bogen. Fügt 8 Rüstungen hinzu. Hm. Kann ich eigentlich die nehmen? 2 MP, wenn du einen Gegner tötest. Weg damit. Was ist das? 1 MP, wenn du einen Distanzangriff durchführst. Nee. Nee, 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 nee. So. Das war nicht. Was ist mein Level 4? Waldelfen-Rüstung. Ja. Ja. Wo waren wir? Nein. Bin ich leer? Wenn du einen Gegner tötest. Wunderschön. Handschuhe. 3 Rüstungen. Bogenangriffe. Ich habe halt keine 2-händige Waffe. Deswegen. Ich benutze eher den Bogen. Aber das hier ist das Problem. Heißt Bogen einfach meine Distanzwaffe? Oder heißt wirklich. Zack. So. Andererseits, ich sehe es gerade, Distanzkämpfer. Angriffe mit Distanzwaffen fügen zusätzlichen Schaden zu. Dann nehme ich die. Hat mich gefreut. KKK-Handschuhe. Das war falsch. Das war richtig. So. Was wollte ich hiervon? Nein. 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 10% mehr Geld. Okay. Dann nehmen wir das. Alle Ausrufezeichen weg. Und los geht's. Kronkorken. Ansonsten ist hier nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Nope. Okay. Bade. Wir kommen. Wir kommen für dich, Baby. Ah, shit. Oh yeah, I will. Bossfight. Lied des Rattenfingers. Ernsthaft? Okay, ernsthaft. Aber ist mir egal, ich kann nicht am Mäuschen, du Wichser. Boom. Mit meinem Blutschaden hast du überhaupt keine Chance mehr. Verzaubern kann ich kein... Das ist ja lächerlich eigentlich. So. Auf dich. Die fälzigen Freunde für dich. 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 Oh. Boom, boom, boom. So, was machst du jetzt? Welches Lied willst du jetzt? Ah, okay. Wow, what a terrific Target. Kann ich ein Debuff ent... Also ist es seltsam als Debuff dieses Schlafen? Tatsächlich. Hammergeil. Okay. Let's moicheln, that bitch. Boom. Lootet mal 5, ey. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist eigentlich der Wahnsinn sogar. Macht dran, bitte. Kann der überhaupt angreifen? Wir haben den doch nicht einmal Schaden genommen. Ich meine, der hat schöne Spells und alles, aber so wirklich angreifen? Der ist, glaube ich, eher, wenn er nur als Begleiter effektiv ist. Weil er deiner Feinde halt schon gut ficken kann. Er kann doch angreifen. Hoppla. Hat er gerade eine Krücke geworfen? Ach, weiß ich nicht. Egal. Boom. Oh, mehr zumal 5 Bluten geht nicht. Okay. Reicht ihr ehrlich gesagt auch. Das wird nichts bringen, weil er 27, äh, 27 Rüstung hat. Hm, macht dran. Gut, dann holen wir nochmal die Ratten. Und dann sollte er nach der nächsten Runde eigentlich down gehen, weil jetzt kriegt er nochmal 100 Blutschaden. Oder 200 oder was auch immer. Hört man das eigentlich? Ich glaube, man sieht's auf dem Tod. Also, ja. Ich, was, bitte? Ich hab nicht aufgepasst. Selber schuld. Scheiße. Dann, oh, das ist ein Boss. Okay, ich hab's gerade gesehen. Deswegen kann ich keine Beschwörung aufrufen. Und los. The last Meuchler. Boom. Fantastic. Ach, terrific. Okay. Es trifft ja beide. Yes. Weil ich heftig bin. Go back to Cooper Keep.